Freitag habe ich Jutta Eckstahl eingeladen. Jutta ist eine der großen Kapazitäten in Bezug auf Agilität, auch gerade Agilität in großen Projekten und federführend hinter der OOP-Konferenz. Und ich freue mich sehr, dich Freitag bei mir begrüßen zu dürfen. Jutta, welches Thema hast du mitgebracht? Ja, wenn du schon ansprichst, dass ich für Agilität stehe, muss es natürlich auch ein Thema sein, was mit Agilität auch zu tun hat. Und zwar möchte ich gerne beleuchten diese Frage, inwiefern spielt der Architekt eine Rolle bei einem agilen Team oder nicht? Da streiten sich die Geister sehr häufig drüber und eigentlich ist die richtige Antwort, tut mir leid, das so zu sagen, es kommt ganz darauf an. Also sprich eine typische Beraterantwort und genau die möchte ich auseinandernehmen und gucken, auf was kommt es denn an? Ich freue mich drauf, mit euch das zu diskutieren. Genau, ich freue mich auch sehr und dann sehen wir uns am Freitag.